Hallo Graf303 und alle Zuseher, die das hier auch anschauen. Das ist jetzt mal eine Videoantwort auf ein Video, was eine Antwort auf mein Video war. Also Antwort-Antwort. Eine Antwort-Antwort, Ivan hat es erkannt. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine tollen, auch zusprechenden Worte, die du an mich richtest. Das hat mir sehr, sehr viel Mut gegeben, auch so weiterzumachen wie bisher. Und das bestätigt mich ja auch darin, dass die Leute, die so gegen mich sind, also eigentlich schon neidisch sind. Wie Wladimir. Ja, der Wladimir sieht das ja nicht. Ja, okay. Ja, also die sind alle nur neidisch und sind halt eifersüchtig auf meinen Erfolg, den ich habe. Und ja, also ich finde es sehr, sehr gut, was du da gesagt hast. Auch nochmal richtig mit dem Russen. Ich glaube nämlich auch, dass einige Leute ein Problem damit haben, dass ein Russe den besten deutschen Vlog macht. Aber ich habe doch gar nicht Vlog gemacht bisher. Ja, du machst ja auch keinen. Also das beziehe ich ja auch auf mich. Ah, ja. Ja, und ich möchte auch nicht, dass du dich da so viel einmischst, denn das ist meine Antwort an den Grafen und nicht deine. Okay. Ja, also ich würde mich auch freuen, wenn du selber mal einen Vlog machst und mal deine Gedanken sozusagen mit meinen Gedanken verknüpfst oder mit den Gedanken der Welt verknüpfst. Das ist dieser Web 2.0-Gedanke. Und ja, ich habe dich auf jeden Fall mal abonniert und mal schauen. Vielleicht kommt ja demnächst etwas von dir. Also ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei YouTube und viel Vergnügen mit meinen Videos. Mach's gut. Ciao. Ivan, du darfst dich jetzt auch verabschieden. Gut. Ja. Ciao.